Herzlich Willkommen, Finaltag hier Polo Park Berlin. Wetter, ja erstaunlicherweise nachdem wir am Freitag doch ziemlich viel Regen hatten. Eigentlich wunderbar, nicht zu warm, auch weiß Gott nicht zu kalt. Ich bin hier neben Thomas Strumpf, Veranstalter und natürlich Jan Schmidt von Polo Sylt. Erstmal nochmal Thomas, danke, dass du auch dieses Jahr mit dabei warst. Herr Erik, sehr gerne. Lieber Jan, wir fangen mal mit dir an, lieber Jan. Du bist ja hier von Polo Sylt und hast dieses Jahr auch hier in diesem Abschlussturnier der Saison 2021 ein ganz, ganz starkes Team in Fremden geschickt. Dein Sohn und deine Tochter mit Thomas, der ja mitspielt und Christopher Kirsch, ihr seid im Finale. Wie ist die Stimmung beim Team Polo Sylt? Super ist die Stimmung. Wir hatten gestern ein super spannendes Spiel. Ihr habt da einen Riesenrückstand aufgeholt. 0 zu 4, ist da noch ein 9,8 geworden. Jetzt erwarten wir natürlich einiges für das heutige Spiel. Vielen Dank. Gebt dir Mühe, wir wollen was sehen. Wir geben alles. Wir versuchen unser Bestes. Thomas, du spielst ja nachher mit. Ja. Und wie Jan schon gerade sagte, es war gestern wirklich ein spannendes Spiel. 0 zu 4 zurückgelegen. Dann kam der Rhythmus, dann hat man sich irgendwie warm gespielt. Du hast eine kleine Verletzung. Kam das vom Spiel oder wo kam die Verletzung her gestern? Das war der Helm. Das war der Helm. Das war wirklich der Helm. Der Helm auf die Nase und ein wenig geschützt. Mehr nicht. Nichts passiert, nichts Spannendes, alles gut. Gut. Und was sind die Anweisungen für das Team heute? Was ist die Strategie? Denn ihr habt es ja nicht unbedingt einfach. Ihr spielt gegen Tuki Kaivano. Und der ist ja auch nicht von ungefähr. Der weiß ja, worum es geht. Was ist die Strategie? Von vornherein Gas geben oder erstmal den Gegner kommen lassen und dann reagieren? Nein, wir haben uns gerade mit unserem Team-Captain, unserem Spielmacher, Christopher Kirsch. Und du weißt ja, er ist ja relativ clever im Bereich Polo als sehr erfahrener Spieler besprochen. Denn auf der Gegenseite haben wir den zweiten Mr. Clever, Tuki Kaivano. Aber wir haben unseren Schachzug. Wir wollen nicht zu viel verraten, weil du weißt ja, er ist ja ein bisschen Schach bei 60. Aber wir haben die richtige Taktik mit Moritz und mit Sophie an der Front. Das hat gestern super funktioniert. Ich habe den Christopher unterstützt. Mit Ehren vorne war eigentlich Verteidigung. Und ich glaube, deshalb haben wir gestern 0 zu viel zurückgelegen. Wir mussten uns kurz mal finden. Wir haben uns Freitag sehr gut gefunden. Aber gestern hatten wir ein bisschen Anlaufschwierigkeiten. Aber dann war es da. Und das wollen wir heute nochmal umsetzen und verbessern. Denn sehr gerne würden wir auch heute den Sieg in den Haus haben. Ja, wunderbar. Du hast es gehört. Direkt hier vom Spielmacher, Veranstalter und wie gesagt mit im Team. Wir sind jetzt gerade Halbzeit für dritten, vierten Platz. Und da, der Mann hinter der Kammer natürlich auch sehr, sehr gespannt, wie seine Mannschaft Polo Plus 10, die hier gegen Bentley Berlin spielt. Also, die Ergebnisse kommen natürlich durch. Lieber Jan, viel Glück nachher und du beim Spielen, lieber Thomas. Tolle Moderation wie immer. Nur mal dazu. Die Zeit muss sein. Danke, danke. Es macht Spaß. Und wie gesagt, die Saison kommt auch nächstes Jahr wieder. Polo Park Berlin ist immer ein Besuchwerk. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.